hallo und ein herzliches willkommen hier zu pokémon reborn team metro hat hier die fabrik eingenommen wir mussten letzten part flüchten und aus dem käfig rauskommen mit ein paar pokémon tricks und ja sind wir hier drin und wissen nicht wo wir hingehen weil es so viele wege gibt es gibt einen hellen und ein nicht so hellen weg ist es aus als wir hier wieder aber hier runterfalle ich habe sie in harry ranking of resta bevor bisschen komischer kauf timbo ich krieg einfach kein one hit hin er will macht gewonnen hat das meine ich genau das meine ich ich bin ich mag kein one hit waldor das ist nicht so schön da sollte tourtok das machen tourtok power game waterpool zack und er hat natürlich für wir umkommen geht doch und hau dich selber einfach tschu hau dich selber mal aufs maul man tschüss erfahrungspunkte mit norbert trainieren sie hat nicht mehr so viele level bisher musste er auch vorankommen er wird die ja kaputt machen aber leider ist der attack von dem her nicht so toll emolga macht es komm zurück emolga emolga zeigt dir mal wie das geht oder auch nicht weil es down geht und ich halte sogar mehr aus wie neuband akrobatik one hit ganz viele erfahrungspunkte dankeschön sehr nett von dir so eigentlich könnte ich mal na na ha ein trank für ihn verwenden super potions reicht für ihn ok das passt so wo ist er auch weiter nein ist hier was ein item ok hier ist nichts rechts war ja auch nichts mehr ich glaube eher dass es schon fast der richtige weg ist aber es ist auch aktuell könnte sein kann auch nicht sein der mächtig kämpfen der eklein ein komisches tische pokémon mei gegen eine komische tische pokémon tour talk tour talk impression bis flinch komm ja geht doch bis tschüss 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 und level ab diese musik so geil oh ein überleber finde ich nice so was ist hier nichts maschinen oh nochmal so ein typi der kämpfen mag typi der kämpfen mag aber mit was komisches wassermäßiges dann auf einmal hallo was ist das special attack was hat mein special attack weggemacht aquarin shockwave oh man mein special attack ist weg egal trotzdem down tschüss ist ne vor pokémon wo haben die die her janma janma eine halb janma was los janma eigentlich würde ich dich ja besiegen aber leider haben wir so ein klitzekleines problem ja ich weiß auf wow das ist nicht so schön akrobatik boom tschüss janma erfahrungspunkte so wieder tauschen ein psycho dein ernst jetzt werde ich auch noch sterben jetzt werde ich auch noch sterben vielleicht doch nicht weiß nicht was ich kann flatter mich verwirren jetzt kann sie shadowball ist confused und hört mich natürlich selber warum auch nicht ist out of the fusion zeit schock nein hätte ich mich nicht selbst verletzt hätte ich es geschafft aber weil ich mich wieder selbst verletzt natürlich nicht zack tschüss ade midee oh no war wohl nix go away warum okay hier ist sonst nix mehr ey kütoki muss ich doch durch den Schatten ach da kam ich ja okay durch die Schattengang ah ne hier geht's noch weiter ne ach doch da war ich ja schon durch den Schattengang muss ich gehen durch den Schattengang muss ich gehen aber erst mal will ich mich heilen kurz oh man oh man oh man oh man oh man alle level 39 das kommt doch ganz gut aber Problem ist die nächste Arena leider wird wieder wieder heftiger sein ist aber Gift dieses Jahr Cains Schwester Gift ist ja eigentlich mit klick klack klick kluck ganz gut weil Gift mag ist interessiert nicht Sandama auch nicht unbedingt ja gibt es trotzdem eklig wenn ein Foxino rauskommt ist das doch hässlich ist das denn doch hässlich ja ist doch dann hässlich jetzt müssen wir echt durch diesen Schattengang dein Ernst muss das sein muss das sein einmal hoch ist der jetzt wach hallo strange god naja so strange ist er auch wieder nicht der Gang ist lang der Gang ist lang ist er auch ein Trainer oder da runter da lang aha 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 psycho ab ach hier ist nur nur eine Attacke gewesen kann nicht sein ist nichts kann aber noch oben wo geht es weiter na da geht es auch noch weiter ah Magnetpower hier ist nur nichts ok sind hier nur Items wie das aussieht sind hier nur Items drin ne sonst ist hier nichts bis jetzt wo ist denn der richtige Weg also normal aus den ganzen Tränen hinterher aber irgendwie hier noch ein Gang ne hier drüben noch geht es auch nicht weiter da falle ich ja wieder runter hier ist dann auch nichts habe ich schon aktiviert da 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 war ich ja auch schon überall da geht es ja nur wieder raus wo ist Dings Madame ähm wo mit mir hier reingekommen ist die auch schon gefangen genommen sein ah hier kann ich jetzt auch mal ah ok oh es ist you um you really shouldn't be hier oh oh you cried da in wunsense do you even know what you are doing little child you middle and dangerous affairs i'll put an end on it but perhaps you really don't know come follow me they already know about the pool sir it was they would contribute to the destruction of the pool swan row project oh so this is one well this is a little different from yours you even seen Izzy the pool is attached to mark and look at it look at the pain it's 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 already got the lansons good jump dragonbrush will dare the strength execute atlantic quickly ice beam Izzy would have been dead and out the way not one man watch got jump returned Izzy are you ok that was close i don't get it through this machine the pool strike it was the flowing the water with poison why would you want to do that you're just destroying the birth of lake you're making life hard to the people in the city why that's exactly why if they are miserable they leave if their homes are destroyed by planes they have nowhere to live if the water is poisoned they die soon he'll live all of their wealth will and no more will become in the period at station it's already destroyed this will become an waxing ruined in city again as it should have stayed in the first place your evil your hurting people has chased them away and for what you don't know anything don't feeling that you understood our moves and motives were not pretty status no I will pity the thieves but i cannot help you to notice the breakdown you have what is it this gift from tenia you're not taking it it's not what you think but you've already tried pulling on dirty trick on easy already i'm not going to risk that getting hurt in a second that's the pretty hicks predator you've set yourself on shall i know you off of it easy trying to de-health take the poets while i keep him busy mmmm self protected the poets on it easy you roll on this act as skonglet goodbye oh man ging sel wieder sel 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 was hat der nochmal von pokémon gehabt ich hab's schon wieder vergessen oh nein es war der oh nein ich hab ein problem ich hab ein problem was was ich mich verarschen schnell bin ich eh nicht aber wirst du mich verarschen macht trotzdem zu viel damage boom gear grind boom 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 super effective hyper potion natürlich natürlich hip-a-potion da kann ich nix so ah hm was wollte der machen dass ich auch schneller bin egal tschüss mach's gut guck mal eins ist weg so schleimock ah das wird so ein special special schleimock sein ich denke doch als schleimock kann gegen mich gar nix machen ja es wird ein special schleimock sein boah es läuft 40 ja so ein stahl aua aua was 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 change to water was macht er natürlich geht meine attacke daneben warum warum was ist jetzt los hier geht alles daneben und das macht wenigstens ein bisschen damage krass challenge einfach doch gott sagen schnell neu kriegt es nicht hin oder kriegt das alleine hin mal probieren neubert wir zählen auf dich alter das ist das ich habe gar nichts an damage gemacht what the hell what the actual fuck waterpools ist das für ein slimeock alter ich mache gar kein damage was soll denn das ohne spaß das ist schon nicht mal lustig das ist schon traurig ich raff es nicht ich raff es nicht dann ist er immer schneller wieder dann ist er wieder langsamer also sorry irgendwas stimmt aber auch nicht ja genau genau dann macht er immer alles one hit kaputt willst du mich eigentlich verarschen alter schwedisch das spiel verarscht mich jetzt macht er noch natürlich ja genau ah geil genau es geht auch nicht er ist alles er kann alles machen geil alter es wäre eine verarsche das spiel das spiel verarscht einen von hinteren bis vorne und ich treffe nicht mal jede attacke ist das lustig es war eher traurig dass das spiel einen so verarscht oh man genau 1 leihung das so übertrieben bau das machte gleiches pasajin draus behindert akkorde kein schaden alles noch kein schaden schaden machen hallo jetzt viel verlangt es ist geil zu viel dafür falsch sorry muss noch eins weiter und das ganze gelaber noch mal anhören oder was trotzdem jetzt habe ich meinen punkt nicht gewechselt verdammt ja 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 bla 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 geil echt hart hardcore dafür keine worte echt keine worte für das klang was ist das schon wieder nix interessantes weil ich mach so dass er hier bei der überträger einsetzen muss erstes weg zack 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 auch noch mal übertragen bei der weg oh critical hit ja das war's mit dir tschüss bringt mir aber trotzdem nix level 40 möchte ich verarschen wir wollen mag kommt jetzt oder ist richtig aber ist richtig gelesen ich weiß es nicht aber erstmal kommen wir zurück im holger ja wieso habe ich jetzt nicht den gemacht wieso ich bin nach links drüber und sowas kotzt an genug eigentlich jetzt werde ich wieder drauf gehen wollen paralysieren nein klappt nicht wieso soll das auch klappen wieso soll das klappen change to water war es eigentlich gegen den sehr effektiv sag mir das mal anscheinend gar nichts weil boot wäre gegen den sehr effektiv ist jetzt bei special defense tot ich lebe noch hier nochmal daneben bitte geht doch ja ich kenne auch attack down aber ich weiß nicht ob das reicht das reicht natürlich nicht was soll ich dagegen tun natürlich so schneller gibt keine worte grad grad gibt es echt keine worte sogar noch schlimmer wie der shadowkampf wo der shadowkampf noch wenigstens logisch war weil die wenigstens auch wirklich schnell waren und ich hier so eine scheiße wo dann auf einmal auf einmal ist das aktiv davor was ich verstehe es nicht ja na schön hallo psianer das ist mehr wie die hälfte und natürlich kommt noch meister nachdauer quick attack au road it's hat defense rose okay ahhh und skull brash das war ein lausiger angriff oh man kann ich mich auch einmal nicht verletzen in diesem trecks spiel geht das einmal nicht in diesem trecks spiel mich selbst zu verletzen das gefühl das geht nicht unglaublich ha 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 ein psianer würde ich ja noch wegkriegen aber mir geht es jetzt hier um nachdauer nachdauer macht allerdings nicht viel damage aber ich bin immer noch verwirrt natürlich genau da bin ich auch zehn runden lang verwirrt unglaublich kann gottsfroh sein dass nachdauer nicht viel abzieht meine fresse oh out of confusion ich glaube es nicht erhalte ich wieder wenn man so eine scheiße attacke noch hat ist noch schlimmer verwirren bitte mal nein aber so auch er hat zu viel verlangt und wieder komfu strahlen ja ich bin doch ein toller typ toller typ ist das geil ist das geil ich kann auch meine verteidigung erhöhen ja verteidigung erhöht und wieder verwirrt immer noch verwirrt skull brush ich könnte gleich natürlich natürlich so nochmal heilen la 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 out of confusion verwirren bitte mal nix dagegen ja ich tu mir wieder meine verteidigung erhöhen ja dann macht er kaum noch damage und nochmal komfu strahl alter schwede wie nervig wie nervig ich tu gleich mein mein müllhaufen beleben vergifte ihn dass er irgendwann durchsgift einfach verkrackt der lappen das kann nicht sein maaaann uuuu totalk du brauchst erdbeam oder so irgendwas krasses so quick attack hier schenke ich dir warte da treffe ich nicht jetzt mach ein bisschen mehr damage vielleicht oh oh jetzt kommt Siano da werde ich mich selbst verletzen ich tausche war ich turtok sag ich turtok macht's dann am ende Okay, das interessiert mich nicht. Ja, Shadow Ball. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wieso habe ich das jetzt gewusst? Ein KP. Ein widerlicher KP. Ein widerlicher KP. Gibt es dir. Gibt es dir. Ein widerlicher KP. Gott sei Dank. Meine Fresse. Alter Schwede. I'm sorry, I was too weak. Zeres, I'm so sorry. We're useless. Yes, you're useless. And what you're doing is useless. So you stop the Pulse. The damage is already done. Tyrantia, super power on the girl. T-Metal retreat. Ah, good job, I'm shutting that down easy. I'm okay, just a little wounded. Well, no, the water won't be populated anymore. But he said, the damage is already done. It's true, a lot being ruined. But in time, the water team's center under the city will clean it out. So I think we did something really great today. The lens will turn. Um, that attack might have hurt a little bit after all. But you see the way to cross the lake down now? You should. Already you can't take my boat. It's true that before the waters go through the treatment center. That is the damage the ship about. I get the feeling you need it now more than you need it later. So here. Helper key. Easy put, Helper key. That key opens to my dog in the corner road. You know what to wish to run into each other. Help yourself to the boat. Me, I think I'm just gonna grab the boat home the rest of the while. Tanya's probably waiting for me too. I live up in the attention region, north of the reborn city. So if you have a end of the area, you should totally drop by. We'll let us. Thank you for your help. Oh, Gott sei Dank. We've managed to achieve this fight. These fights. We're not ready. These are really crazy fights. These are all übel, übel. Wait a minute. Is there also a bit of a drink? No, of course not. Das ist Pokémon. Such Pokémon. That's a Pokémon-Spiel. Nur noch du hat doch nicht überlebt. Oh mein Gott. Oh mein fucking goodness. Okay, aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's. Das war mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir das Boot holen gehen. Yay. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020